So Leute, hallo und jetzt willkommen zurück zu Let's Play The Suffering, wir machen jetzt hier so direkt weiter und naja, wir haben in der letzten Folge gnadenlos geknallt und da steht noch eine Kiste im Weg. Jetzt werden wir das da mal wegschieben, drüber springen und Tür aufmachen. So, wo bin ich jetzt? Oh. So, wo bin ich? Was ein Spaß hier. Ich muss hier auf... Boah! Ach du Scheiße! Gott! Boah, doch so viel! Boah! So, Boah! Verpiss dich! Jetzt kriegst du Ärger. BAMS! Aufgespießt! Gut. Verschlossen! Ha! Ich bin gut! Hallo! Ho! Oh, hallo! Oh! Bei mir ist heinker! F daher! Oh, commen…. Oh! Keine... Keine... Was Was hat der UK bei Bucking Some kicked? Hallo? Ja, bist du! Du bist zugekäft, weißt du was? Ist das vielleicht der Hand? Was ist das? Du bist schon... Oh Mann... Fyfe, ein Fyfe! Gut... Du bist da, oder? Du stehst mir nur im Weg, ich kann ihn nicht gebrauchen. Aber ich will dich auch nicht umbringen, also... steh mir nicht im Weg rum. Die Frage ist, jetzt muss ich da runter. Ich denke schon. Ich werde hier weiter... See you soon... Okay... Jetzt geht es weiter... Was? Noch so fieig? Also ich kann mich schon in so fieig verwandeln, aber... Noch so einer, der sich in sowas verwandeln kann, oder ist das... Allgemein Monster? Ähm... Ich fühle das gerade irgendwie scheiße. Ich... Muss noch kurz abspeichern. Oh oh... Ich habe so eine Befeuchtung, muss da runter, oder wenn ich da bin... Knall die Tür auf, und es fiel. Oh, scheiße... Okay, die ist... So ist das so... Und... Die auch... Was? 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 Das Vieh kommt näher... Wollte das? Oh, da! Ich kann's nicht killen! Ich kann's nicht killen! Hallo? Ich will gerade wie so ein Öhrer auf C drücken, damit ich auch nicht so viel verwandeln kann, aber das funktioniert nicht. Funktioniert vielleicht nicht, weil das Vieh hier in meiner Nähe ist. Ich stirb jetzt! Das geht wahrscheinlich gar nicht. Die Frage ist jetzt, muss ich da runter? Das Vieh steht... Wie ist das überhaupt da reingekommen? Mach mal das, den Knopf. Was hat denn das jetzt gebracht? Ah! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Hä, was? Nein! Jetzt hab ich direkt im Haustast gedrückt. Cool, das ist egal, aber auch kein Dynamit. Wieso ist das Vieh jetzt weg? Hab ich's gebrutzelt? Egal, ich geh jetzt einfach mal hier runter. Mein Gott, Ketten! Das wird ja immer bescheuert da hier. Ich mag diesen Ort nicht. Hallo? Da locken. Da locken. Da locken die Tür aus, zukriegt da. Kannst thou minister to a mind that diseased? So langsam war's zu fresslich. Nein! Ich habe mir selber einen Stromschlatt. Okay. So. 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 Oh. Ich schulde hier. Und da bin ich rein. So gehe ich jetzt hier weiter. Die nächste. Ähm. Hehehe. Ja, war ich da auch. Okay. Ah, das ist jetzt die Tür, wo ich da gespielt habe, wo ich in dem anderen Raum war. Oh. Äh. Es geht mit dir ab. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Aber das ist das Telefon. Nichts. Leitung tot. So. Das Ding nervt. Geht jetzt noch eins an, oder was? Ich höre noch so ein Ding. Telefon. Ey, jetzt wollen die mich verarschen. Der Bleibuck gefährlich ist an dem scheiß Telefon dran, wenn jemand anrufen tut. Das Haus ist groß. Ja, ich komme gerade der Ding nochmal hier zurück. Da. Meine Ruhe. Und. Zeit ist auch wieder um. Ich speichere hier und. Hört mal, da denkst du vorgesehen, wo es weiter geht. Ich hoffe, ich finde den richtigen Weg. Tschüss. Bis dann.